Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Höffi Show. Wir haben heute ein ganz tolles Kombiprodukt für Sie und zwar ein Mix zwischen Couch und Schlafcouch. Das ist Pure von Marke Finja und das stelle ich Ihnen heute zusammen mit der Melanie vor. Hi Melanie. Hallo Claudia, ich freue mich wieder mit dabei zu sein und ich verrate dir natürlich zuerst, was wir hier für einen Special Preis haben und zwar diesmal 499 Euro. Das ist richtig, das ist wirklich ein absolut toller Preis und ich habe es gerade gesagt, es ist ein Kombiprodukt, aber konzentrieren wir uns erst mal auf die reine Couch. Was können wir darüber sagen? Ja, zuerst würde ich dir sagen, dass wir hier acht Farben als Auswahl haben. Du siehst hier einmal schon das Türkis und hier ist Pastell Mint die Farbe, dann hast du noch die Möglichkeit Rosé auszuwählen oder auch Pastell Lila und die anderen Farben habe ich dir vorhin schon verraten. Genau, wir haben noch Schlamm, dann gibt es einen Schokobraun, dann einen Dunkelgraun, auch als Aubergine angegeben und einen Grau. Also wirklich super, super viele Farben zur Auswahl. Ich glaube, insgesamt mit den Kissen hat man so um die 16 Farbkombinationen, also wirklich kann man viel machen. Richtig, also acht Farbkombinationen allgemein und dann hast du bei jeder Couch auch noch mal die Möglichkeit eben zwischen zwei Farben auszuwählen für diese Kissen und für die Zierknöpfe. Genau, also die haben, wenn man das denn möchte, eine andere Farbe. Hier ist es, was hast du gesagt, Pastell Mint? Genau, Pastell Mint. Und die Knöpfe geben den ganzen so ein bisschen, ja, ich würde fast sagen, so einen Retro-Touch. Ja, so Scandinavian-Look, Retro-Touch, definitiv. Und dazu ist auch noch zu erwähnen, guck mal, hier die Füße, ja, die Holzoptik, wie gesagt, auch da in dem Scandinavian-Look. Ja, und die sind auch schön hoch, spitz zulaufend, ist ja im Moment sehr, sehr modern und es gibt eigentlich so einen ganz tollen Gesamtlook. Also ich mag die Farbe auch ganz gerne, weil die so frisch ist. Super kuschelig, ganz weich, ganz gemütlich und weil wir gerade drauf sitzen, was haben wir denn hier für eine Polsterung? Ja, das ist Wellenunterfederung und ja, also du merkst, ne, das ist bequem auf jeden Fall. Genau, jetzt ist die Couch auch relativ lang, kannst du uns doch was zu den Maßen sagen? Ja, zwei Meter achtzehn lang. Ja, und dann lass uns doch einfach mal jetzt die Couch zur Schlafcouch umwandeln. Super gerne. Also, Kissen weg? Ja, Kissen weg, hast du recht. Ja, packen wir auch direkt nach. Ja. Hier hinten. Und zwar greifst du einfach hier unten drunter. Hier? Ja. Und dann geht's auch schon aus. Ah, das ist ja voll easy. Hier klappen wir runter und das ist super einfach. Perfekt. Du hast jetzt die Maße 1,95 und 1,40. Reicht super aus. Jetzt fällt mir gerade die Lasche auf. Genau, wollte ich gerade sagen. Greif mal hoch. Okay, damit ich das also ganz einfach wieder zurückklappen kann und, liebe Zuschauer, ein mega großer Bettkasten. Ich liebe sowas, gerade wenn man zu Hause wenig Platz hat. Hier passt alles rein. Gästebettdecken, weiß ich nicht, Kissen, alles Mögliche. Okay, wir klappen das mal wieder um. Das geht ja mit dem Griff hier wirklich ganz, ganz einfach. So, dann würde ich mal sagen, schmeißen wir uns mal auf das gute Stück hier drauf und es ist wirklich sehr bequem. Ja, schläfst du gleich ein, oder? Du, ich würde gerade sagen, wenn du meine Abmoderation übernehmen könntest, dann bitte. Auf jeden Fall kann ich ja noch mal erwähnen, Specialpreis diese Woche 499 Euro. Genau. Und für 499 Euro bekommen sie eine wirklich tolle Couch in acht Grundfarbvarianten. Die Kissen können sie unterschiedlich kombinieren und sie haben trotzdem ruckzuck auch eine Schlafkombination, eine Schlafcouch 1,40 x 1,95. Super bequem aufgrund der Wellenunterfederung. Es ist wirklich sehr weich, aber auch nicht zu weich, dass man so einsackt. Das ist ganz toll. Und ausklappen wird super easy. Genau. Und den Bettkasten nicht zu vergessen. Ja, auch immer noch mal ein super Stauraum extra. Und Melanie, wo kann man denn Pure von der Marke Finja kaufen? Einmal unter der Hotline natürlich oder online auf hoffner.de oder direkt in den Hoffner-Filialen vor Ort ist immer die schönste Barriere. Genau, da kann man es ausprobieren, anfassen, man merkt auch wirklich, wie ist der Stoff, wie ist die Farbe. Dann kriegt man einen ganz anderen Eindruck. Prima. Melanie, vielen lieben Dank, dass du heute da warst. Ich hoffe auf bald. Und Ihnen, liebe Zuschauer, wünsche ich noch einen wunderschönen Tag. Genießen wir es und ich freue mich auf nächste Woche. Tschüss, machen Sie es gut.